Hallo meine lieben Freunde, das geht's dir in den Betz. Komm, heute spielen wir mal wieder dieses Drecksgang, Clash Royale, ja. Und dann gucken wir mal, was uns im Duokampf so erwartet. Normal spiele ich nicht, ich bleibe immer nur bei 4000 Pokalen, ja, das reicht mir vollkommen aus. Ähm, wir haben noch vier Tage, ist die Season vorbei, danach müssen wir wieder einmal 4000, äh, hochspielen. Das reicht mir immer, wenn ich die Kiste habe. Ich bin hier nicht so ein Tryhard, ich spiele das aus Just for Fucking Fun. Ja, meistens, wenn ich beim Scheißen auf der Toilette bin, spiele ich dieses Spiel. Ansonsten spiele ich das so gut wie gar nicht. Man sieht es an dem hier und dem hier, das ist alles immer free erspielt, alles, ne. Und wir haben natürlich auch noch eine Goldschuss. Vorher machen wir nochmal einen Duokampf, damit wir diese Truhe da öffnen können. Und hoffentlich, dass wir gewinnen. Ja, meistens ist es nämlich nicht der Fall, weil die Gegner halt zufälligerweise immer überlevelt as fuck sind. Aber egal, was wir machen, ist halt so. So, wir schmatzen erstmal die Dinger raus. Wir haben auch schon wieder so einen Rhythmus, der kacke as fuck ist. Aber das ist immer so, ja. Beim Scheißen vorhin habe ich ein Video aufgenommen, also nicht aufgenommen, sondern ich habe das Spiel gespielt auf Toilette. Da war alles Zucker, ne. Da konnte man halt ganz normal spielen. Und jetzt auf einmal, guckt euch das an. Immer das Gleiche, Leute. Das ist sehr kontraproduktiv jetzt. Oh, der haut aber beide weg. Nice. Jo, die sind beide weg, würde ich sagen. Und der Dings ist immer noch hinten dran, ne. Fuck, Alter. Das Arschloch. Ja, so hat er nämlich noch den Rage. Und kann den Packer noch mit wegmachen. Super. Da mache ich jetzt nichts. Da macht er seinen hin. Digga. Das ist das beste E-Mode. Das habe ich mir einmal gekauft, die drei oder vier Stück hier. Die hatten halt, äh, die haben irgendwie drei Euro gekostet oder so. Da habe ich mir gedacht, komm, das machst du immer. Das finde ich witzig. Das fand ich sehr witzig, tatsächlich. Nice. Jetzt hat er das Ding nämlich schon eingesetzt. Das war sein Fehler. Okay. Jetzt kann ich nämlich den Riesen davor setzen. Ja, bombt das Ding doch weg da links, die Fotos. Alter, wie sie auch krampfhaft versuchen, das Ding aufzuhalten. Seht ihr das? Die setzen halt Feuerbälle ein. Die machen die Zaps da drauf. Die halten halt, die versuchen halt mit allen Mitteln das Ding aufzuhalten. Das ist geil. Nice. Das wird perfekt. Ich sep das einmal weg. But. Perfekt, man. Da hast du ein schöner Sepp von dem Kollegen Arsch gesehen. Die sind natürlich Apoch da drauf. Dings wegzukriegen. Was wird eine knappe Kiste, wird das? Ich kann jetzt mein Dings nicht setzen. Ihn. Inferno-Turm. Ih geht, ih geht, ih geht. Ah, da wollte ich nochmal seppen. Schönes Skelett fallen. Gib ihn. Gib ihn, Digga, gib ihn. Gib ihn Feuerball, Bruder. Gib ihm Feuerball. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen, ne? Nicht, dass wir hier vorher verkacken. Jetzt geben wir nochmal einen Feuerball auf den Nacken. Er zappt und dann ist die Geschichte gegessen. Ah, da ist die Geschichte. Wie, 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 wie. Das sind die geilsten Dinger überhaupt. So. Ching. Öffnen. Ching, 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 ching. Ah. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Kann man, ist gut, ist gut. Ist gut. Ja, ist, es ist gut, Leute. Ist so. So, wir machen mal die Kiste auf. Nebenbei kann ich mal ganz kurz gucken, wie ist denn die Reihenfolge überhaupt für meine Kisten. Äh, wo ist denn die Seite? YouTube. Nicht YouTube. Jetzt hast du statsroyal.com. Update mal. Updaten. Update in Queue. Alter. 100. Ne, das ist gar nicht die 105. Update in Queue. Mal gucken. Labi, Ilia, Papa. Genau, ja. Ja, komm. Update in Queue. Mal gucken. Updated. May only update in... Hm. Okay, 30. Kiste ist bei mir die Magical Chest. Friendly Deck. Hat er das jetzt geupdatet? Ich gucke mal, ob er das Battle geupdatet hat. Ja, hat er geupdatet. Okay, gut. Hat er geupdatet? Wir hatten als Gegner... Die, Leute. One Oak. Oak, okay, Rock. Okay. Jetzt egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Äh, wir gucken mal in unsere Clan-Dings rein. Wir waren Gold in Gold, Platz 1. Bester Krieg war Platz 1. Season-End ist natürlich dadurch eine Gold-Kiste. Und die gucken wir uns heute einfach mal an. 7.140 Gold. 68 Mal der Fettsack und die zwei Knirrenknochen. Die Kacke spielt kein Mensch. Also ich nicht. 171 Mal den Schneeball. 5 Mal den Ghulam. Geil. Jetzt können wir den auf Level 5 machen. Gift. Das wird auf jeden Fall eine Legendary. Boah, Alter. 103 Mal die Schweine. Das ist... Das ist natürlich geil, wenn wir 103 Mal die Schweine kriegen. Das wird eine Princess. Den E-Wizard. Den E-Wizard. Ich hätte jetzt lieber gerne Dings gehabt. Sparky. Aber die Kiste an sich... Aber die Kiste an sich... Okay. Das Ding können wir gebrauchen. Die 7000 sind gut. Mein Ghulam wollte ich eh auf Level 5 machen. Also passt das. Das ist eine Dreckskarte. Das ist eine Dreckskarte. Das ist eine Dreckskarte. Das ist eine Dreckskarte. Das sind so... Sagen wir... Vier Dreckskarten... Und 3 Sachen, die ganz okay sind. Ganz okay. Also die sind... Ganz okay. Die sind ganz okay. So. Wo ist denn jetzt... Wo sind meine Karten? Der Ghulam. Weil bevor ich den wieder wegspende... Möchte ich den doch schon... Weil der ist ja OP. Der Ghulam ist schon... Ist schon OP, die Karte. Kann man so sagen, ne? Und das Geld... Oder das Gold, was wir jetzt gekriegt haben... Haben wir jetzt darin investiert. Unser Loon ist auch bald Level 8. Das hört sich jetzt an. Aber 115 von 200 Karten... Ist schon mal nicht schlecht. Ja. Da kann man... Nicht viel falsch machen. Das Vieh spiele ich nicht. Das Ding spiele ich auch nicht. Was haben wir denn jetzt gekriegt? E-Wizard, ne? Äh. Ja. Früher oder später kriegt den... Account eh mein Sohn. Dann kann der damit machen, was er will. Kann der spielen, was er will. Aber Hauptsache... Die Karten sind schon mal... Alle schön hochgelevelt. Dass er da... Spielen kann, was er möchte. Diese Drecksschweine. Das ist halt hier wieder... Genau der gleiche Wichs. Die Hog Rider. Nur, dass der... Typ da nicht drauf sitzt auf dem Schwein und das reitet. Sondern... Das Schwein alleine rüberläuft und... Tons of fucking Damage macht. Das sind jetzt gerade unsere... Das spiele ich im Duo meistens. Weil da wird man meistens schwierig bis gar nicht gecountert. Und wenn ich das hier spiele... Kommen die Leute alle immer nur mit Magiern und so weiter an. Ne? Kennt man ja. Standardmäßig. Wir machen mal... Das hier. Mir ist egal, ob ich hier verliere. Wir gucken einfach mal. Äh. Ja. Das ist schwierig immer, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich nehmen soll. Tschösch. Ich nehme mal irgendwas. Und hoffe, dass von ihm die Karten noch dreckiger sind als meine. Ähm. Ja. Wir können mal so machen. Hier. Das ist doch... Das ist doch ein Skillstart, oder? Hab ich gehört. Welches ist ja Skillstart, hab ich gelernt. Tschösch. Guck mal. Er setzt da irgendwelche... Oha. Die sind ja OP. Die schießen... Irgendwelche Kaugummis. Haben wir schon. Perverse kleine Viecher, ne? Wir machen mal einen Riesen. Äh. Ja. Machen wir mal einen Riesen. Oh mein Gott. So. Die sind weg. Das wollte ich nicht. Er hat halt voll den Counter, ne? Jetzt kann er wieder mit Dings kommen. Mit dem Tunnelgräber noch dazu. Weil dieser Fettsack da... Tschösch. Jetzt rastet der richtig aus. Okay. Die Kanone hilft mit. Und die Minions auch. Super. War schon mal so ein... Leichter Fail. Gibst erstmal Zunge raus, Alter. Du Noob. Gibt es erstmal in sein Gesicht. Ähm. Wir können die splitten, ne? Sollten wir mal machen. Machen wir auch. Ich weiß nicht, ob er einen Feuerball hat. Ich hab das nicht gesehen. Wir splitten die einfach. Ich wollte aber zwei rechts rüber haben. Okay. Aber das kann er ja machen. Okay. 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 Geil. Das ist Damage, Bro. Das ist Damage, Brokarski. Jetzt werden wir dem nämlich mal ein bisschen Beine unter dem Arsch machen. Dem Kollegen. So sieht das nämlich aus, Alter. Kann der auch so viel senden, wie der will. Irgendwann kriegen wir die Fotos. So, den stellen wir mal hier mit ran. Genau. Wegen dem Scheiß. Da soll nämlich die Kanone schön fleißig mithelfen, ne? Oh mein Gott. Jesus Christ. Äh, wir brauchen einmal den Push. Die Lieder-Babanen hinterher. Egal. Oh oh. Die werden verlieren, hab ich gehört. Oh oh. So, wir verlieren. Fuck. Nein. 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 Egal. Äh, das spielen wir mal. Spielen die drei noch fertig? Mal gucken. Aber die Dinger sind mir egal. Finale Kämpfe sind immer wichtig. Hier ist es zwar natürlich auch wichtig, aber pff. Es ist mir, wow. Das ist ein krasses Deck ich hab, Alter. What the fuck, man. Ähm. Okay. Ich pumpe erst mal. Ich pumpe. Pumpe. Ich get, I get pumped, guys. I get pumped. Ich get really hard pumped. I get pretty hard pumped, guys. Oh my god. Er kriegt nen Ditch raus, aber das ist nicht so schlimm. Wir sind immer noch im Pompen. Rrrr. Ja, der Typ hat verloren, Alter. What the fuck. Nö, doch nicht. Ja, aber das ist jetzt trotzdem easy für uns. Wenn wir jetzt den Shit hier machen. Mach die tot. Alter, tötet das dicke Ding doch mal. Mein Gott. Wie lange die brauchen. Oh, dann pumpen wir gleich direkt weiter. Easy. Sieht doch nicht so aus, als hätte er nen Feuerball oder so. Oh, oh. Trifft er da hinten den Tower? Ne, trifft er nicht. Na doch, er macht den weg. Egal. Egal, Digga, egal. Ich hab da einen, ich hab einen Plan, Leute. Ich hab einen Plan. Na ja, gut, gut, gut. Gut, gut. Erstmal so den Genius-Streich. Wartet mal ab jetzt. Okay. Okay. Genau deswegen. Ich hab gebated. Das war mein Plan, Leute. Gebated hab ich das. Wird mal schön hier stehen, McCorskey. Das ging jetzt ziemlich los, Alter. Du Nasenbär. Egal. Lassen wir den Loon seine Arbeit machen. Pump nochmal ab. Ich will jetzt nämlich, dass er seinen Scheiß da setzt. Yes, man. Oh mein Gott. Er ist auf dem Bait reingefallen. Bitch. Er ist auf dem Bait reingefallen, Leute. Ups. Ich hab wieder verloren. Er hat meinen Deckel-Counter hat. Kannst du nix machen. Wie jetzt Batman? Egal. Müssen wir noch einmal? Einmal müssen wir noch, ne? Damit die Scheiße hier vorbei ist. Ich glaub, einmal müssen wir noch, ne? Nee, der guckt da. Der spielt schon. Das will ich nicht sehen. Ich will meinen Scheiß hier fertig machen. Äh, das Ding. Nee, das spielt eh keiner wieder. Wir machen den Scheiß. Baby. Jo, Baby. Das Ding. Countert ja auch die Elite-Bewahn, oder? Das Teil da. Das Ding. Aber die Dings war schon nicht schlecht. Also die Gold-Truhe, muss ich ehrlich sagen. Die war schon nicht schlecht. Ja, jetzt wieder natürlich das Deck. Legendär wieder. Da sind sie weg. Boah, er hat das verkackt. Er hat das voll verkackt. Er hat das voll verkackt, Alter. Ich aber auch. Muss was machen. Hallo? Er hat das mega verkackt. Ja, guck mal, der eine piekst. Pieks. 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 Oh mein Gott. Er hat gepikst. Er hat gepikst, Alter. Er hat gepikst. Der ist da voll rangekommen, der kleine Sack, Alter. Das kann ich einfach so durchlaufen lassen. Der haut ja jetzt einmal gegen. Dann ist das Ding kaputt. So, wir machen den hier mal so. Das gleiche hier mit dem Typen. Dann gibt es erstmal einen Schenkelklopfer von dem Batz, Alter. Jetzt kommt die Elide-Rotzbängel raus. Sie kommt sogar noch zurück, diese Bitch. Damit habe ich aber Dings wieder abgedreht. Den behinderten Drach. Guck mal, wie dumm der ist, Alter. Intelligenz-Kitz, wenn es gleich null bei dem. Egal, das kriegen wir noch. Easy, Leute. Easy. Alles easy. Oh mein Gott. Royal AIDS. Hat er sich den selber genommen, ne? Da merkt man gleich die Qualität seines Spiels. Da gibt es erstmal super Gift ins Gesicht. Super, super, super. Kommen die geskillten Elite-Barbanen dazu. Hier gibt es nochmal einen Schenkelklopfer oben drauf. Jetzt hat er gerade seine Feuerprinzessinnen da rausgehauen. Dann kommt das nochmal dazu. Bitte. Warte, da kümmert er sich gleich drum. Wir haben noch 600 Damage haben wir gerade gehabt. Jetzt kommt das wieder dazu. Da setzt er dann wieder die Marshalts vor. Hier kommt jetzt erstmal wieder das hin. Dann vorher das. Und dann das dazu. Dann kommt das dazu. Oh oh. Jetzt haben wir gerippt. Royal Giant. Der Skill. Lastigste. Dings, den es je gegeben hat. Und da freut sich das kleine Kindchen, dass er gewonnen hat. Süß. Naja, überhaupt da erst happy. So, das war eine lange Folge. 20 Minuten. Deswegen kommt das auch nur selten bis... Gar nicht. Ne? Also, wenn ich mal Bock habe, mache ich das. Aber sonst ist halt wenig Clash Royale. Weil das Spiel ist Pay-to-Win und scheiße. Aber ab und zu spiele ich es dann halt doch mal. Und dann zeige ich auch mal was. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.